Die Schlacht beginnt! Meines Bundeslandes hier anschauen kann und jetzt haben wir die ersten Hits auf die Kirov schon gesehen, die waren mit 4600 noch sehr überschaubar und jetzt schauen wir mal was er wirklich imstande ist zu leisten und gehen hier in die Livegeschwindigkeit einfach mal rein, dieses kleine Rammchen sag ich mal da zu Beginn jetzt hier mit der Königsberg ist egal, aber jetzt wird es spannend, denn die Kirov ist da. Haut alle Schüsse raus und schauen wir mal was da jetzt machbar ist, die kommen gar nicht schlecht, aber ein bisschen zu weit drüber oder dahinter viel mehr, daher nimmt er leider keinen Damage den er da anbringen konnte. Aber er kriegt gleich nochmal die Nachschussmöglichkeit und 10 Kilometer ist natürlich eine geniale Distanz, auf die macht es richtig Spaß und da sollte doch jetzt auf jeden Fall was drin sein. Alle Schüsse gehen raus, alle Granaten fliegen, 8000 Hitpoints hat er noch und da lässt er ihn immer noch 1800, denn auch da war der Schaden jetzt nicht so hoch, wie er es gewollt hätte. Schade natürlich darum. Aber hier jetzt hier mit der Minikase das nächste Ding gleich mit 7,6 Kilometer, nicht weit weg und leider mit der Streuung da auch nur einen anbringen können, deswegen auch nur 3500 Schaden oder 32 viel mehr. Aber die Sekundären, die sind jetzt schon schön am Ballern. So, die Minikase, die ist auch gleich durch, da will er wohl eigentlich keinen Schuss mehr drauf verschwenden, so wie ich das sehe. Weil er sich denkt, oh ja genau und da die Sekundären, die haben es klar gemacht und dafür will er jetzt einen Schuss nämlich haben. Hier für die Schiffe, die da richtig schön zu ihm fahren, in dem Fall die Bayern natürlich. Und aber auch hier wieder keine Zitadelle leider. Und jetzt die Cleveland, da kommen die Schüsse gerade über die Insel drüber. Und er verfolgt sie auch und hier sehen wir jetzt zwei Zitadellen und knapp 23.000 Damage. Genau so will man es haben. So will man mit einem Schlachtschiff den Gegner rund machen. Ordentlich mal hier so eine Salve um die Ohren brettern. Die Emerald, die kommt da daher, knickt jetzt ein. Damit ergibt sich hier für ihn die Möglichkeit, da auch nochmal ein paar Hits anzubringen. Leider nur 4.300 Schaden. Keine Zitadelle natürlich an der Stelle. Die Sekundären wieder ordentlich mit am Ballern. Und jetzt vielleicht die Cleveland als nächstes dann da aus dem Spiel befördern. Oder die Kongo, weil die ist ja da. Nein! Da hat die Emil Bertin das Munitionslager hochgejagt. Und natürlich konnte er damit nicht rechnen. Und dementsprechend hat er dann leider alles da ins Wrack gejagt. Schade darum. Das ist natürlich, das soll einem nicht passieren bei dem Reload. Ganz im Gegenteil. Da will man, dass die alle schön sitzen. War ja seitlich auch ideal dafür. Und hier muss er jetzt aufpassen, weil da geht ihn jetzt nämlich der Flugzeugträger an. Hat hier auch einen guten Fächer eigentlich gesetzt. Da werden auf jeden Fall zwei Torpedos treffen. Der erste schlägt einen für 7.000 und dann nochmal einer für 7.000. Also 14.000 Damage, die das gemacht haben. Und hier kommen jetzt auch nochmal weitere Bomber an. Also jetzt hat er alles da in der Luft gegen sich, was man so haben kann. Er hat aber noch die Möglichkeit, sich ordentlich zu heilen. Aber jetzt geht er erst mal auf die Bayern. Schön seitlich draufgeschossen. 14.000 Schaden, so muss es sein. Und jetzt fährt er da wieder den Winkel etwas anders an. Dass er eben nicht so die Zitadelle offenbart und dieses Breitseite, wie das die Bayern hier getan hat. Und jetzt mit der nächsten Salve. Da könnte er es vielleicht schon klar machen mit ein bisschen Glück. Aber leider nur 4.600 Schaden. Die Erober nimmt jetzt da die Torpedos zur Hand. Die sind gut unterwegs Richtung Bayern und weg damit. Sehr schön. Natürlich nicht, dass die Bayern jetzt hier weg ist. Aber die Torpedos sind jetzt da ideal gekommen. Und jetzt ist die Emerald hier im Nahkampf gegen die Bayern. Also die hat hier irgendwie auf der Kraftzeitung geschlafen. Ja, die muss natürlich jetzt weg. Da wartet jetzt auch nicht großartig der Winkel ab. Oder sonstiges. Sondern da wird es einfach mal drauf geholzt. Und... Ah, ha, ha! Von vorne die Zitadelle, den vernichtenden Schlag. Ja, warum auch nicht. Macht man es halt so. Wenn der Winkel scheiße ist, dann macht man halt das Beste draus. Und das hat er definitiv gemacht. So kann man es natürlich auch machen. Oh, oh, oh. Emil Bertin auf kurze Distanz. Oh, wieder eine Zitadelle. Wieder 16.000 Damage. Jetzt muss er natürlich da aber abdrehen, dass er nicht irgendwie auf einmal plötzlich ein paar Alle sich gegenüber sieht. Zwei Caps von beiden eingenommen. Da sind auch schon die besagten Alle. Aber der zweite Nahkampfexperte, den er sich hier in der Runde sichern kann, natürlich von den Schiffen her, legt sein Team verdammt gut in Führung. Sie haben erst vier Schiffe verloren. Der Gegner schon acht. Also das läuft natürlich ideal für ihn und sein Team. Also da muss man sagen, besser geht es gar nicht. Wieder die nächsten Flugzeuge. Die werden ihn anfliegen, weil er ist ja das einzige Schiff weit und breit überhaupt. Also klar, da weiß er jetzt schon, aber wenigstens seine Flakke ist da gut am Arbeiten. Das heißt, er kann ja schon den einen oder anderen Torpedo sich sozusagen vom Hals schaffen. Jetzt überfliegt er ihn hier auch gerade. Oh. Und jetzt muss er natürlich auf die Independent schießen. Jetzt hat er schon fast alle Flugzeuge bis auf zwei runtergeholt. Und ja, da trifft einer, aber eben nicht beide. Auch wieder für die ominösen 7000 Damage. Die Cleveland ist dahinter. Die bleibt hier bei der Independent, um die zu unterstützen. Und jetzt muss er natürlich erst mal die Cleveland rausnehmen und danach kann er sich nämlich ganz entspannt und ordentlich der Independence widmen. So, der Mann, schön. 300.000 Schaden. Aber da muss er noch einmal nachsetzen. Kann sich auch noch heilen. Sollte auch mal langsam machen. Zwei Brandherde sind nicht schön. Macht er jetzt auch. Und jetzt geht's da der Independence an den Kragen. So, die ist auch ideal von der Positionierung. Da zwei Zitadellen. 28.000 Schaden. Und da sollte es jetzt schon auch erledigt sein. Und nimmt damit jetzt auch die Krake mit nach Hause. Perfekt. So, jetzt gibt's hier noch einen einzigen Zerstörer. Der war zuletzt auf dem B-Spot zu sehen. Aber das sollte ein ganz entspannter Sieg durch Tickets werden. Also da wüsste ich jetzt hier nicht wo hier irgendwie noch der Gegner zurückkommen könnte. Er ist auch nicht zu sehen. Also da muss man sagen keine Ahnung was er da noch entgegensetzen will. Und ihr seht, ja da passiert nicht mehr viel. Damit sag ich schon mal vielen lieben Dank dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben. Ansonsten bei neuen Besuchern freue ich mich auch sehr über ein Abo. Und ansonsten wünsche ich euch auch ebenfalls tolle Runden bei Warships. Euer Al Caramba Ich bin Ich bin Ich bin der ich bin der